Meine Fresse, ey. Ich krieg den nicht, ey. Ich hab schon eine Mission gestartet. Warte, wo ist denn diese Drecksau? Ach da. Ich hab schon eine Mission gestartet. Mal ein anderer Anfang. Mensch, der muss doch irgendwann mal ins Fressbrett gehen. Ey, das ist ein Scheiß-Hetze, ne? Das hat einen Scheiß-Ein- und Ausschalter. Das ist... Und es ist an. Würde ich dann schon merken in der Aufnahme. Das ist ein Scheiß-Hetze. Das hat der Ausschalter. Der ist kacke. Der ist richtig kacke. Weil oben ist aus und unten ist an, ey. Das ist kacke, ey. Oh, shit. Na wo? Ich komm doch noch rüber. Aber das hast du nicht gerechnet, ne? Na, das stimmt. Na, 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 na. Der qualmt aber richtig, ey. Ey, Junge, kannst du da... Kannst du da trotzdem drüberfahren, ne? Ei, ei, ei. Oh, tschüss, ey. Ey, geht mir nicht auf den Sack, ey. Ja, danke. Achso, das haben wir schon. Okay. Meine Fress, jetzt. Das geht mir schon wieder auf den Sack. Was hat denn der da gemacht, ey? Ein Kontinental-Druf. Der hat aber zu viel Züge in die Full Speed gezockt. Das ist immer komplex, wenn man ausschaut. Muss da wirklich richtig schnell sein. Wow. Ja, du Dreck-Sau. Bam, ey. Ich hab da eine Tockt-Auf-Mondzimmer-Tisch flachgelegt, du Penner. Und das, so. Ja, das war jetzt scheiße, aber das lass ich trotzdem drin. Du Arsch, ey. Du Sackgade, du Dreckige. Ach, scheiße. Ich muss unbedingt den Foco- und Foco-Boost upgraden. Weil der ist eigentlich auch ganz hilfreich. Schauen wir mal. Schauen wir gleich mal, ob es da ein Upgrade gibt. Yeah, 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 yeah. Aber der ist schon wieder gepanzert, die Dreck-Sau. Alter, hallo. Alter, wie soll ich das machen? Wie soll ich das bitte machen? Hey, ich check diese Mission nicht. Der ist gepanzert. Ach. Schnauze da hinten. Meine Fresse, anders geht's nicht, Leute. Diese Gelb-Panzer, dann kriegst du nicht so tot. Oh, Leute, ach scheiße, jetzt sind die auch noch da. Scheiße. Ich weiß nicht, was das ist für ein Scheiß. Oh, der ist geil, ey. Das ist richtig hilfreich. Oh, Leute, ich muss jetzt mal fahren, dass wir jetzt das endlich geschafft haben hier. Wo wir das jetzt endlich geschafft haben. Oh, der ist ja schon wieder gepanzert, ist in Ordnung. Wir haben nur zwei Granaten. Äh, wo ist denn der andere Typ? Mal mal in die Karre. Wo ist denn bitte der andere Typ? Ach, der ist oben, oder? Ah, nee, da ist er. Oh, scheiße. Nee, der macht mich nicht fertig, ey. Boah, Leute, ey. Ist das hart, Leute, ist das hart. Wird's hier irgendwas verbraucht? Nee. Schau jetzt mal an, Alter. Das ist wieder eine harte Mission hier. Okay, er ist bereit, wenn du es bist. Lächste mich doch am Arschstuhl. Ja. Ist das hier irgendeine Sau? Nee. Nee, da will ich gar nicht hin. Ich weiße. Wo ist denn hier für Herstellung? Da. Nee. Nicht Herstellung, äh, Waffen laden, Munition auffüllen. Danke. Ich breck mir den Läden nicht mehr durch. Oh, ey. Nee, nee, kein Bock. Weil den habe ich wirklich mit dem Granat-Elfer ausschalten müssen, weil die gepanzerten. Die kriegst du nur mit dem Ding tot. Was ist denn hier passiert, ey? Hallo? Hallo, Arschgesicht. Du siehst etwas hilflos aus. Das stimmt wohl, aber ich glaube, dir geht es immer noch zu gut. Ich glaube, dir geht es immer noch zu gut, Junge. Du kleiner Drecksack, du. Danke für die Munition. Ja, das ist mal wieder die Waffen voll. Das war aber auch nötig, ey. Oh, fuck, ey. Ist das hier? Mach mal das, mach mal den Lieferant. Ich weiß nie, was ich singe. Anscheinend wollen Sie einen Wagen in makellosem Zustand. Wenn ich die richtige Route wähle, sollte ich ihn ohne große Schrauben abliefern können. Warte mal. Warte mal. Okay. Ach, nö, nicht so eine Scheiß-Dreckskarre. Das wird hart, Leute. Was soll die Scheiße jetzt? Ja, Leute. Es kann doch nicht. Was soll denn die Scheiße jetzt? Äh, das kann man vergessen. Das kann man vergessen, Lord. Ah, jene Fisse. Äh, muss ich nicht. Ich glaube, ich fahre einfach rückwärts oder aus. Oh, ja, komm, die Bitch. Obwohl, die habe ich gar nicht. Hallo. Danke. Let's go. Sollen wir mal an, es trifft hier? Wenn ich die richtige Route wähle, ja, das ist immer das Problem. Und es ist mir, glaube ich, zu arschig, ja. Das lassen wir lieber, das ist mir richtig zu arschig. Das ist mir richtig zu arschig. Ja, aber jetzt lauter Aufnahme, ey. Ich hoffe... Pass doch mal auf. Kann ich dich mal in Bankkonto hängen? Danke, ey. Für das weg. Aber hat denn... Ey, du musst dich mal unterscheiden. Aber hat denn die so viel Geld? Wie eine Scheiß-Fixer-Aufträge. Diese Scheiß-Fixer-Aufträge, ey. Äh, ist jetzt wieder jemand drin. Das ist wieder über jemand drin. Ja, warte mal. Ja, warte mal. Für den Verbrecher-Kammer machen wir nochmal mal Schluss. Da muss ich mal schauen, welche Folgen ich löschen muss und welche ich hochladen muss. Den-den-den-den-den-den-den-den-den. Auf jeden Fall hat das vielleicht, glaube ich, versorgt mit Videos, schätze ich mal. Den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den. Nein, das letzte Video war auch wieder mit aus zu ordinär wieder. Deswegen kann ich das nicht hochladen. Das Spiel hat übrigens auch ein paar... Aaaaahhh. Ja, jetzt kram aller durchgesackelt sich. So. so let's go zum verbrecher konvoi also willkürlich leute umlegen um zu beweisen dass sie sich trauen ich werde diese aus mit wem reden der wahl wieder mit uns oder mit klar ich weiß nicht was nicht immer mit dem der immer rede ich weiß es nicht so wie hat er wieder ein konvoi dabei wobei hey wer der links neben muss Hallo? Oh shit, 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 shit. Okay. Oh, nein. Komm, komm, komm. Halt durch. Oh, shit, 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 shit. Boah, Alter. Alter, was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab, ey? Ja, sind da hinten auch noch welche, oder was? Ey, ist klar. Ah! Von allen Zeiten wieder kommen die Arschlöcher. Ja, ey, wo? Ja, wie soll ich die ausschalten, wenn ich die nicht sehe, ey? Ja, da kommen noch mehr. Jetzt kommen immer mehr. Alter, es sind da tausende Leute. Ja, ist es doch scheiße. Die Millionen verpackten Kanaten. Ey, ey, der hält überhaupt nichts aus. Ja, ist es doch scheiße. Die Millionen verpackten Kanaten. Ey, ey, der hält überhaupt nichts aus. Ich bin gleich tot. Noch ein Schuss. Ich bin tot. Ey, der hält überhaupt nichts aus. Jetzt fick dich doch mal. Alter, was die aushalten. Boah, die sind doch keine Menschen, ey. Was die aushalten. Die müssen doch voller Kokain sein. Voller Drogen sein, ey. Halt doch die Schnauze, ey. Es ist doch... Ja, anders geht's nicht, Leute. Anders können wir das hier nicht machen. Anders können wir das hier nicht regeln. Ja, super ey. So, Terexau. Den anderen machen wir jetzt dann zufällig. Wo bist du? Da bist du. Derexau. Alter Schwede, ey. Das ist ja wieder ein Paar des Grauen, siehe. 7 von 18 Konvois. Okay. Er ist doch tot. Hallo. Ach. Schatz drauf. So. Mal zum nächsten Versteck. Meine Herren, ey. Nicht einfach, du. Nicht einfach. So. 18 Konvois. Das müssen wir ausschalten. Ich hab noch nicht mal 10. Weil ich mich auch nie mit dem befasst habe. Eigentlich. Deswegen haben wir auch so wenig. Ähm. Wie gesagt, wieder in der nächsten Folge. Ich muss jetzt mal die Folgen löschen, wo ich nicht hochlade und dann nochmal mal schauen, welche ich hochladen muss. Und die kommen dann soweit ab nächster Woche irgendwann mal zufällig an, wenn ich die mal hochladen. Aber bis dahin. Timm uns wieder. Wenn es heißt, ausrasten oder nicht. Beziehungsweise die Chicago Mafia ausschalten. Bis dahin. Tschau. Und fickt euch ins Knie. Tschau.